Hallo Leute, heute gibt es für euch die Blasio Elio Cobra 3BP4 im Test, das sind Böller aus Italien und wir probieren sie gleich mal aus, 5 Stück sind in der Packung, kosten so um die 7-10 Euro ich glaube wir haben 7-8 Euro bezahlt die Kompetenz beim Öffnen ist da genau, holen wir mal einen raus die haben eigentlich immer eine lange Zündschnur, jetzt hat der Böller hier leider nicht eine lange Zündschnur so sehen sie aus, sehr schön, schönes Thumbnail genau, sind sehr sehr hart haben auch glaube ich einen Vorbrenner, genau und wir gucken mal wie die insgesamt so sind viel Spaß beim Test Cobra 3BP4 also wirklich starker Böller und der Vorbrenner ist halt nicht so gut wie The King wir haben dieses Jahr leider keine The King Charge zum Testen, aber ja ordentlich schon besser als die Keller D und die komischen Kanonschläge von Beko